Rocker Müller-Westernhagen warnt Lindenberg vor aktuellem Erfolg Rockmusiker Marius Müller-Westernhagen hat seinen Sänger-Kollegen Udo Lindenberg angesichts seines derzeitigen Erfolgs gewarnt, die Gefahr, dass man sich verkauft, ist zu groß, und viele Leute kriegen das nicht mit. Rockmusiker Marius Müller-Westernhagen hat seinen Sänger-Kollegen Udo Lindenberg davor gewarnt, sich zu verkaufen. Angesichts Lindenbergs aktuellem Erfolg nach Jahren Schlender-Album-Verkäufe sagte Müller-Westernhagen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Udo hat schwere Zeiten hinter sich, deshalb freue ich mich wahnsinnig darüber, dass er nochmal so gewürdigt wird. Lindenberg müsse aber trotzdem aufpassen. Die Gefahr, dass man sich verkauft, ist zu groß, und viele Leute kriegen das nicht mit, sagte Westernhagen. Lindenberg dürfe es nicht übertreiben. Dann machst du dich zu deiner eigenen Karikatur. und verlierst dich.